Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich mir heute mal mit euch das Thema Datensicherung ansehen. Im Thema Datensicherung denkt sich jetzt vielleicht der ein oder andere, was bringt mir das? Das bringt mich ja gar nicht voran. Stimmt, es bringt dich nicht vorwärts, aber es verhindert einen Rückschritt. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, dass irgendwie eine Festplatte abbraucht oder beim PI die SD-Karte. Und ja, das eine sind die Daten, die verloren gehen und im Bereich Home Assistant ist es einfach vor allem auch die Zeit, die man reingesteckt hat, um das ganze System aufzusetzen. Und natürlich will man das nicht jedes Mal immer wieder alles neu machen. Natürlich gibt es wie überall, auch hier, viele verschiedene Möglichkeiten, so eine Sicherung umzusetzen und eure Umgebung anständig zu sichern. Wir möchten uns im heutigen Video mal auf das Thema Snapshot fokussieren. Dabei zeige ich euch zuerst einmal, wie ihr so ein Snapshot überhaupt anlegt, wie ihr diesen dann zum Beispiel auch auf eurem PC oder auf eurer NAS kopieren könnt. Und als letzten Schritt zeige ich euch auch noch eine ganz bequeme Möglichkeit, wie ihr das Ganze so automatisieren könnt, dass euer Home Assistant im regelmäßigen Zyklus vollautomatisch Snapshots anlegt und ihr euch darum eigentlich gar keine Gedanken mehr machen müsst. Wenn euch das Thema Home Assistant interessiert, schaut auf jeden Fall mal bei uns auf dem Discord vorbei. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da finden täglich viele interessante Gespräche rund ums Thema Home Assistant, ESB Home, Raspberry Pi etc. statt. Klingt euch gerne mal ein, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem Video. Ja, hier seht ihr jetzt meinen Home Assistant und ich würde sagen, wir legen direkt los und schauen uns erstmal an, was haben wir überhaupt für Möglichkeiten, unser Home Assistant zu sichern. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die meisten haben ja Home Assistant auf einem Raspberry Pi installiert und davon wird der größte Teil wahrscheinlich das System auf einer SD-Karte installiert haben. Da habt ihr natürlich erstmal die Möglichkeit, einfach ein Image von eurer gesamten SD-Karte zu machen. Dazu bieten sich zum Beispiel Programme wie Win32 Disk Imager an. Da müsst ihr dann einfach nur die SD-Karte aus dem PI rausnehmen. Achtung, vorher den PI runterfahren. Dann die SD-Karte in einen Kartenleser an eurem PC anschließen. Ja, und dann nehmt ihr ein Programm wie Win32 Disk Imager und damit habt ihr die Möglichkeit, ein 1 zu 1 Abbild von eurer SD-Karte auf eure Festplatte von eurem Computer abzuspeichern. Heißt, wenn euch dann mal euer System kaputt geht, aus egal welchem Grund, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, die SD-Karte mit diesem Image wieder neu zu bespielen und habt genau den gleichen Zustand wie zum Zeitpunkt der Sicherung. Dieses Vorgehen würde ich sowieso empfehlen, einfach schon aus dem Grund, wenn euch mal die SD-Karte kaputt geht oder sonst was mit eurem Home Assistant passiert, dann spart ihr euch mit dieser Variante auf jeden Fall die Grundinstallation. Egal wie alt dieses Image ist, habt ihr dann die Möglichkeit, einen aktuellen Snapshot in das System einzuspielen, um es auf den aktuellen Stand zu bringen. Ja, und mit dem Thema Snapshot sind wir jetzt auch direkt bei der zweiten Variante und dafür brauchen wir eine Home Assistant Installation mit Supervisor. Ich wechsle jetzt mal in den Supervisor. Ja, ich weiß, ich habe das aktuelle Update noch nicht gemacht, aber laut Release Notes hat sich da auch an den Datensicherungen nichts geändert. Ihr geht also in den Supervisor, wechselt dann hier oben in den Punkt Datensicherungen und dann seht ihr schon Datensicherung erstellen. Sicherungen ermöglichen dir das leichte Speichern und wieder erstellen von alten Daten aus Home Assistant. Der einzige Haken dabei, wenn ihr diese Sicherung wieder zurückspielen möchtet, braucht ihr ein funktionierendes Home Assistant. Da können Plugins drin kaputt sein, ihr könnt eure Einstellungen in irgendeiner Form geschrottet haben, das ist nicht schlimm, aber das Home Assistant muss noch so weit starten, dass ihr hier in diesen Menüpunkt wieder reinkommt. Das hier ist also eine Sicherung, die ich vor sieben Wochen angelegt habe und da könnt ihr dann einfach draufklicken, dann zeigt er euch, was habt ihr denn in dieser Sicherung alles gesichert. Hier seht ihr die einzelnen Add-Ons, die einzelnen Verzeichnisse, die gesichert wurden und die Home Assistant Version und ihr könnt hier einzeln auswählen, welche Punkte ihr aus dieser Sicherung wiederherstellen möchtet und könnt dann hier sagen, entweder alles wiederherstellen oder nur das ausgewählte herstellen. Ihr könnt diesen Snapshot auf euren PC hier auch herunterladen und ihr könnt den Snapshot löschen. Um so einen Snapshot zu erstellen, müsst ihr nicht mehr tun, als hier einfach einen Namen einzugeben. Dann könnt ihr auswählen, vollständige Datensicherung oder selektive Datensicherung. Ihr könnt optional noch ein Passwort angeben und klickt dann einfach auf Erstellen. Vollständige Datensicherung, denke ich, ist klar. Der sichert einfach alles, was irgendwie geht. Bei der selektiven Datensicherung erhaltet ihr die gleiche Auswahl, wie ihr gerade auch gesehen habt, bei dem Zurückspielen einer Sicherung. Hier bietet er euch eben alles an, was das System gerade zur Verfügung stellt und ihr könnt einzeln auswählen, welche Punkte ihr jetzt gerade in eurem Backup sichern möchtet. Das wären jetzt erstmal so die zwei gängigsten Sicherungsmethoden. Was ich euch auch noch empfehlen würde, wenn ihr über diesen Menüpunkt hier eure Sicherung erstellt habt. Das dauert dann eine ganze Zeit und wenn sie fertig ist, taucht sie dann hier unten unter verfügbare Sicherungen auf. Klickt hier einmal drauf und ladet sie auf euren PC herunter. Denn dieser Snapshot ist zwar ganz schön, wenn ihr mal ein bisschen am System rumspielt. Ihr verstellt irgendwas und denkt euch, ach nee, das war jetzt alles Mist. Funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich möchte wieder auf den Stand von vorhin zurück. Dann könnt ihr darüber natürlich wieder herstellen. Wenn ihr euer System aber ganz abschießt, dass ihr nicht mehr draufkommt, dann ist wahrscheinlich auch der Snapshot erstmal für euch nicht mehr erreichbar. Dann könnt ihr also auch nicht mehr zurücksichern. Deshalb ist es immer ratsam, diese Sicherung auf einem anderen Laufwerk, am besten auf einem Plattensystem, also einem NAS oder ähnlichem abzulegen, dass wenn ihr euren Home Assistant zerschießt, an diese Sicherung auf jeden Fall auch noch drankommt. Eine andere Möglichkeit, an diese Sicherungsdateien dranzukommen, wäre die Samba-Freigabe. Diese findet ihr im Add-on-Shop. Hier gibt es die Integration Samba-Share und falls das noch nicht geschehen ist, solltet ihr diese hier installieren. Das sorgt nämlich dafür, dass die wichtigsten Ordner für euch immer über den Explorer erreichbar sind. Das heißt, wenn ihr diese Integration installiert habt, habt ihr direkt die Möglichkeit, über den Explorer auf die Verzeichnisse von eurem Home Assistant zuzugreifen. Zumindest auf einige und ich denke, das sind die wichtigsten. Hier seht ihr es. Einmal Add-ons, Backup, Config, Media, Share und SSL. Ich denke mal, die wichtigsten sind Backup und Config. Config ist also euer Konfigurationsordner, wo auch eure Konfiguration YAML und so weiter drin liegen. Die interessieren uns jetzt aber erstmal nicht, sondern uns geht es um den Ordner Backup. Und hier seht ihr das Backup von vor sieben Wochen. Die Dateien werden hier mit so einem kryptischen Namen abgelegt, aber man kann hier ja nach dem Änderungsdatum gehen und diese Datei könnt ihr euch eben jetzt dann ablegen, wo ihr gerne möchtet. Ihr habt genauso auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt so ein Backup auf der Festplatte liegen habt, dieses einfach wieder in den Backup Ordner zurückzukopieren und wenn ihr dann in eurem Supervisor wieder auf Datensicherung wechselt, dann taucht dieses dahin kopierte Image auch hier wieder auf und ihr könnt die Sicherung zurückspielen. So, jetzt wo ihr wisst, wie man generell überhaupt von Hand Snapshots erstellen kann und wo man so ein bisschen drauf achten sollte, beziehungsweise was man da für Möglichkeiten hat, möchte ich mir jetzt einmal mit euch anschauen, wie man das Ganze automatisieren kann. Denn es wird auf Dauer doch ziemlich lästig, immer wieder extra sich noch selber um diese Datensicherung zu kümmern. Und bevor man es hinterher vergisst oder es einfach lässt, kümmern wir uns doch direkt darum, das Ganze so gut es geht zu automatisieren. Und dazu gehen wir jetzt mal hier auf Einstellungen, Automatisierungen und legen eine neue Automatisierung an. Wir starten mit einer leeren Automatisierung und nennen diese jetzt einfach mal automatische Datensicherung. Der Auslöser, sagen wir jetzt mal, soll Zeit sein und wir sagen morgens um 4 Uhr. Und als Bedingung sagen wir jetzt ebenfalls Zeit. Und meine Datensicherung hätte ich gerne jeden Sonntagmorgen um 4 Uhr. Ihr könnt hier natürlich auch mehrere Tage auswählen. Und dann kommen wir jetzt zu der Aktion. Er weiß ja jetzt, wann er etwas ausführen soll. Jetzt müssen wir ihm nur noch sagen, was er tun soll. Und dazu wählen wir hier als Aktionstyp Dienst ausführen. Und Home Assistant bietet uns hier direkt die Möglichkeit, wenn wir mal einfach nach Snapshot suchen, has.io.snapshotfull. Das wählen wir hier aus und sagen speichern. So und somit haben wir jetzt mit wenigen Klicks dafür gesorgt, dass jeden Tag um 4 Uhr diese Automatisierung ausgelöst wird. Dann prüft er, ob diese Bedingung zutrifft, sprich, ob der Tag Sonntag ist. Und mit diesen zwei Sachen haben wir dafür gesorgt, dass er jeden Sonntag um 4 Uhr den Dienst has.io.snapshotfull ausführt. Und dieser Dienst macht eben nichts anderes als das, was ich euch gerade gezeigt habe, nämlich einen vollständigen Snapshot anzulegen. Da ich jetzt nicht bis Sonntag warten möchte, klicke ich jetzt einfach hier oben mal auf Auslösen. So und hier können wir jetzt natürlich davon nichts sehen. Also gehen wir mal in den Supervisor unter System und schauen jetzt mal hier unten in das Logfile. Und hier seht ihr schon, er fängt hier fleißig an, den Snapshot zu erstellen. Das dauert jetzt noch einen kleinen Moment und dann sollte der Snapshot auch hier unter den verfügbaren Sicherungen auftauchen. So, die Datensicherung ist fertig. Hier seht ihr jetzt vor einem Tag. Das Ganze hat mir nämlich doch ein bisschen lange gedauert und weil es schon recht spät war, bin ich dann auch einfach mal ins Bett gegangen und drehe jetzt hier weiter. Deshalb vor einem Tag. Aber die automatische Sicherung ist auf jeden Fall hier durchgelaufen. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Und wenn wir jetzt hier nochmal in den Explorer gucken, gehen wir hier auf Backup und dann sehen wir jetzt hier auch die Datei vom 5.3., also insofern gestern. In dem Fall stimmt auch jetzt der Name überein. CDFEA seht ihr hier auch. Ja, also unsere Automatisierung hat funktioniert und am Sonntag würde er jetzt morgen zum 4 Uhr die nächste Automatisierung anlegen. Jetzt haben wir Home Assistant also beigebracht, sich selbstständig zu sichern. Das einzige Problem daran ist, wenn wir jetzt jeden Sonntag morgen eine Datensicherung machen, läuft uns irgendwann die Festplatte voll oder eben die SD-Karte. Also müssen wir Home Assistant jetzt noch beibringen, ältere Snapshots irgendwann zu löschen. Dazu wechseln wir einmal hier auf der linken Seite in den Hacks in den Home Assistant Community Store, gehen hier auf Integrationen und sagen mal durchsuchen und hinzufügen. Hier suchen wir jetzt nach Cleanup Snapshot Service. Da ist er schon. Den wählen wir aus und sagen hier unten, installiere dieses Repository in Hacks. Bestätigen das Ganze nochmal mit Installieren. So und jetzt seht ihr hier, der neue Service bzw. die neue Integration wurde installiert. Er möchte aber, dass wir das System einmal neu starten. Dazu gehe ich jetzt hier auf Einstellungen, Serversteuerung. Ich prüfe nochmal eben zur Sicherheit die Konfiguration und dann sagen wir neu starten. OK und warten. So Home Assistant startet also neu und ich würde sagen, bis der fertig ist, schauen wir schon einmal in die Dokumentation von dem gerade installierten Service. So die Hacks-Installation haben wir schon abgeschlossen. Den Neustart haben wir auch schon durchgeführt. Heißt, als nächstes müssen wir unser Longlife Token in unserem Benutzerprofil erstellen und dieses in der Konfiguration hinzufügen. Hier diese vier Zeilen, die kopiere ich mir jetzt einfach aus der Dokumentation heraus und übertrage sie in meine Konfiguration. Den Link zu dieser Seite, also zum Repository von der Integration findet ihr natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung. Also wir kopieren uns diese vier Zeilen hier einmal raus, wechseln hier nach Home Assistant und ich gehe mal hier in den File Editor. So, wir sind hier in der Konfiguration YAML und hier fügen wir jetzt einfach mal die gerade kopierten vier Zeilen ein. Ihr seht also hier Cleanup Snapshot Service und wir müssen angeben Host, Token und die Anzahl an Snapshots, die wir behalten möchten. Der Host ist einfach hier oben aus der URL alles vor dem ersten Slash. Das kopiere ich mir jetzt hier mal raus, füge das hier ein und sage Speichern. So, wir sagen ihm jetzt hier, wir möchten gerne drei Snapshots behalten und jetzt benötigen wir hier also nur noch unser Token. Wie komme ich an so ein Token? Dafür geht ihr hier unten auf euren Benutzer, scrollt dann einmal weiter runter, kommt dann Passwort und Aktualisierungstoken. Da scrollt ihr noch weiter und dann gibt es hier unten langlebige Zugangstoken. Und da klickt ihr jetzt einfach mal auf Token erstellen, gebt ihm einen Namen. Wir nennen das Ganze jetzt in unserem Fall einfach mal Snapshots Cleanup. Den Namen könnt ihr aber frei wählen, völlig egal wie ihr das Ganze nennt. So, und diesen Token kopiere ich mir, sage OK, wechsel wieder in den File Editor, also in die Konfiguration YAML und füge hier mein Token ein. Dann sage ich wieder Speichern und das war es eigentlich auch schon mit der Konfiguration. Damit ist der Dienst fertig eingerichtet. Da wir jetzt aber Änderungen an der Konfiguration vorgenommen haben, müssen wir Home Assistant noch einmal neu starten. So, das System ist neu gestartet und da wir jetzt im HEX unsere Integration Cleanup Snapshot Service installiert haben und sie auch im File Editor entsprechend in unserer Konfiguration YAML konfiguriert haben, können wir den Dienst jetzt ganz einfach nutzen. Wir gehen dazu jetzt einfach nochmal in die Einstellungen, Automatisierungen und wählen nochmal unsere automatische Datensicherung. Klicken hier auf Bearbeiten und scrollen direkt mal nach ganz unten zur Aktion. So, und hier haben wir ihm ja gesagt, dass er den vollständigen Snapshot anlegen soll. Und nach dieser Aktion fügen wir jetzt einfach noch eine weitere Aktion hinzu. Und zwar wieder vom Aktionstyp Dienst ausführen. Und als Dienst wählen wir jetzt Cleanup Snapshot Service Cleanup. Diesen Service haben wir ja in unserer Konfiguration YAML so konfiguriert, dass er genau drei Snapshots immer bestehen lässt. Und zwar immer die drei aktuellsten. Und alles was älter ist, wird automatisch gelöscht in dem Moment, wo wir diesen Service aufrufen. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Speichern. So, und eigentlich war es das jetzt schon. Und wir sind mit der Konfiguration fertig. Da wir aber gerade eben nur zwei Snapshots zur Verfügung hatten, könnte ich euch das Ganze jetzt ja eigentlich gar nicht zeigen. Aus diesem Grund habe ich jetzt einfach mal noch zwei weitere Snapshots auf den PI hinzugefügt. Das schauen wir uns nochmal im Supervisor unter Datensicherungen an. Und hier seht ihr jetzt, haben wir vier verfügbare Datensicherungen. Wenn wir also gleich nochmal die Automatisierung ausführen, dann dürfte nur noch der neue Snapshot und die zwei aktuellsten, also unser eben erstellter und der Sonoff Snapshot übrig bleiben. Roborock und B4 Update müssten automatisch entfernt werden. Das testen wir mal. Wir gehen auf Einstellungen, Automatisierungen und klicken hier nochmal auf bearbeiten. Denn einen kleinen Punkt möchte ich euch noch eben zeigen. Und zwar haben wir auch die Möglichkeit, diesen Snapshot noch zu benennen. Und dazu trage ich hier unter den Dienstdaten einfach mal ein, Name Doppelpunkt, Leertaste und nenne das Ganze jetzt einmal Backup-Unterstrich. So, und jetzt holen wir uns das aktuelle Datum und formatieren es in der Form Tag minus Monat minus vierstelliges Jahr. Das kopiere ich mal eben und zeige euch das nochmal in den Entwicklerwerkzeugen unter Vorlage. Und zwar, wenn wir das hier mal einfügen, dann seht ihr, so sollte jetzt gleich unser Snapshot heißen. Das nur eben am Rande, also wieder zurück in die Automatisierungen und wir sagen Auslösen. Wir schauen nochmal eben im Supervisor-Log. Jawohl, er fängt hier an und erstellt unseren Snapshot. Also sehen wir uns gleich wieder. Ja, die Datensicherung ist abgeschlossen und wie ihr seht, die Namensgebung hat auch funktioniert. Unser Snapshot heißt jetzt wie eben angegeben Backup-Unterstrich und das Datum der Sicherung. Dann sehen wir auch, hier hatten wir eben noch einen Snapshot before Update. Der ist auch verschwunden, insofern hat der Cleanup-Job funktioniert. Aber wir hatten im Cleanup-Job gesagt, er sollte drei Snapshots behalten. Warum haben wir hier immer noch vier? Ich habe eben nochmal ins Log-File geguckt und da konnte man sehen, dass der Cleanup-Job eben zeitgleich mit der Erstellung des Snapshots ausgeführt wird und nicht, wie ich zuerst erwartet hätte, anschließend. Das hat dann zur Folge, dass er eben aufräumt und wirklich auf drei Snapshots reduziert. Aber wenn dann der neue Snapshot fertig erstellt wurde, haben wir dann eben immer wieder einen mehr, als wir konfiguriert haben bei diesem Vorgehen. Wenn ihr das so einstellen wollt, dass ihr wirklich genau drei Snapshots auch habt, habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht es genauso wie ich mit der Automatisierung und reduziert einfach die Einstellung vom Cleanup auf zwei, obwohl ihr drei Snapshots behalten möchtet. Oder alternativ legt ihr einfach eine zweite Automatisierung an, die diesen Cleanup-Job aufruft und lasst die einfach zeitversetzt ein, zwei Stunden nach der Sicherung laufen. Dann habt ihr auf jeden Fall auch die eingestellte Anzahl an Snapshots genau auf eurer SD-Karte und nicht mehr. Ja, soviel zum Thema Datensicherung von Home Assistant, genauer gesagt zum Thema Snapshot. Ich hoffe, ihr konntet mir bis hierhin folgen. Ich habe nichts vergessen. Und wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Oder noch besser, schaut direkt auf Discord vorbei. Da bin ich wahrscheinlich noch besser zu erreichen, als hier in den Videokommentaren. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt den Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!